Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Walking Dead Season 2. Wir sind immer noch mit Clementine hier und schauen durch das Fernglas und gucken, ob wir irgendwas entdecken können. Und ich würde sagen, das werden wir tun, denn wir sehen hier oben eine Hütte, wo wir vielleicht als neuer Rast irgendwie erstmal unterkommen können und hier irgendwie auch einen Lift sehe ich. Wir schauen mir erstmal alles genau an. Es ist ein Lift oder was. Ein Stadion? Es muss das Ski-Resort sein. Ich habe nie mehr Ski. Beck und ich gingen mal. Es war nicht schön. Hier oben ist es nur eine Hütte. Aber wir sind fast aus dem Essen. Wir müssen es schützen. Es ist ein Gebäude auf der Runde. Was sieht es aus? Es ist groß. Das klingt, als wäre ich ein guter Ort, um die Nacht zu spenden. Das dachte ich mir auch. Was haben wir denn noch hier alles? Hier ist so eine Brücke. Da ist die Brücke. Und sieht es passbar? Ich denke so. Gut. Was ist das hier? Ein kleines Häuschen. Wie groß ist es? Es ist ziemlich klein. Wir müssen uns über die Brücke crossen. Los geht's. Hold on, jetzt. Wir können uns über die Brücke über die Brücke über die Brücke. Okay? Wir werden uns über die Brücke verletzen. Wir werden uns über die Brücke verletzen. Wir werden uns über die Brücke über die Brücke verletzen. Aber wir haben keine Ahnung, wer ist da. Ich werde über die Brücke über die Brücke verletzen. Und sicher, dass es klar ist, bevor wir die ganze Gruppe überbringen. Du denkst, dass die Gruppe über die Brücke ein guter Idee ist? Ich habe nie gesagt, dass es ein guter Idee ist. Aber es ist besser, als zu riskieren alle anderen. Was ist dein Plan? Clement, ich kann über die Brücke über die Brücke über die Brücke überlegen. Und sicher, dass niemand auf der anderen Seite ist. Wir haben einen schweren Zeit, um dich von hierher zu verletzen. Wir werden nur zurückgezogen, wenn es zu verletzen wird. Clementine sollte hier bleiben. Sie ist... Sie ist was? Sie ist nur ein kleines Mädchen, Luke. Sie ist eine wertvolle kleine Mädchen. Ich kann das machen. Sie sehen? Keine Probleme. Sie wird ganz viel durchgebracht. Okay, also ein bisschen was zutrauen könnten sie uns eigentlich auch, ne? Hey, uh, sorry about that. I just, I could really use your eyes and right now I don't trust Nick to tie his own shoes. They're just still on edge after the Carver thing. It's been five days. Why would Carver still be following us? What's the most important thing in this world? What does everyone want? Even the gangs. You know, what do you think they're all after? Family. It's a tough world out there without people you can trust. Good enough. Anyways, you can ask Rebecca, okay? I'm not gonna get in the middle of it. We've all made mistakes. Done things that we regret. It's not my place to talk about someone else's past, you know? I know what that's like. Yeah. Okay, das sind wieder Beißer. Die versperren durch den Weg zur Brücke. Oh, da kommt was raus. Can't shoot him. Too much noise. Was denkst du? What do you think? I think we can take him. Hm. I'll take the big one. You get shorty. Okay. Wish we could use guns. We should be okay. I think. Got it. I'll take the small one. Good. Let's do it. Passt besser von der Relation, ne? Von den beiden. Was haben wir denn eigentlich? Ah, den haben wir noch. Den Hammer haben wir noch. So. Ho! Great. Go ahead. Give it a good pull. It should come free. I know. I've done this before. Remember? In a shed. Na, komm raus. Na, endlich. Au. Ach, das tat weh jetzt. Okay, aber jedenfalls ist die Brücke immer erstmal frei. Da kommen wir dann drüber. Der nächste Kollege. Oh, da von hinten kommt auch einer. Oh, oh. Oh, 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 oh. Sollen wir vielleicht mal erst mal zum Dähnen da hinten kommen, bevor wir den hier nehmen? Shit. Wie viel kommt denn da? Oh. Wenn wir nochmal reden, sollte das eigentlich machbar sein. Oh, Hammer auch. So. Oh, scheiße. Vielleicht ist das mal ein Dekammer, die jetzt kommen. Oh, komm. 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 Oh, wow, wow. Oh, komm. Oh, komm, komm. Unsere Hammer. Oh, komm. Das schaffen wir. Komm. Oh, komm. Oh, komm. Okay, okay, okay. Das liegt leer. Oh Gott, oh Gott. So, jetzt müssen wir erstmal hochhelfen. Der liegt ja immer noch, aber der kommt nicht an den Rand, der Zombie. Zu Glück ist der sportlich, in der Zeit hier. Ich glaube, jetzt haben wir bewiesen, dass wir tough sind. Also, nochmal, wir haben das schon mehrfach jetzt bewiesen. Ich erinnere, im Schuppen die Geschichte. Jetzt können wir eigentlich hier rüber, dann. Okay, man kann ja keinen trauen heutzutage mehr, eigentlich ja. Ich bin Clementine, und das ist Luke. Clementine und Luke. Hoffentlich, das kann auch von Cowboys läden. Huh, you don't look like assholes. Are you assholes? No offence or anything, but you know how it is out here. You run into a lot of assholes. I'm not an asshole. Are you calling me an asshole? You folks headed north, like everyone else? Everyone else? I see at least one group a day move through here. You all look the same. It's like a great migration of the dazed and confused. Have you seen someone named Krista? Krista? Maybe. Really? No, I mean, a lot of people come through here. I don't know. I gotta say, you two look like shit. If you need food, I've got some canned stuff in that station back there. Well, that's, uh, awful nice of you. What's the catch? No catch. I've got plenty. Well, all right then. Thank you. Hey, no problem. Nice running into friendly faces out here. Like I said, I've got food and supplies back in the station. And if you want... Oh, no, 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 he's with us. Nick! No! Put it down! Nick, no! Oh, no, I know. Scheiße, Nick! Gut, ich dachte, wir sind in Schwierigkeiten. Aber... Da kommen auch schon die anderen gerade. Mann, Nick, ey. Das hat man bestimmt mega weit gehört. Oder die Weißer auf jeden Fall. Oh, Mann. Da hat man schon mal einen getroffen, der einem helfen will, ne? Back there. I don't know. Looked like he had a gun on you. That asshole drew on me. He was about to shoot. Oh, was he? I'm telling you, man, he drew first. Everybody calm down. Who are you? What did you see, Clem? Is that guy gonna shoot? Fuck you, Luke. You've been on my case the whole week. And why do you think that is, Nick? I don't know. It happened so fast. But you were right there. Either way, you could have hit one of us. Yeah, but I didn't. Look, I know Pete was close to you, Nick, but you can't... Don't fucking talk about him. You think he was with Carver? I don't know. I... No, I don't think so. But he fell over. He fell off the damn bridge. We have to keep moving. I can't. I need a minute. Fine. Okay. Luke, can I talk to you alone? Hey, Clem, you got anything to eat? Beck's dying here. Alvin, I told you I'm fine. Sorry. I'm out. Wish we still had those juice boxes. Yeah, me too. That man said he had food in the station. Mind checking it out? Maybe we could spend the night here. A little small for us, though. Sure. Klar, können wir nach. Der Einzige, der das machen. Gut, der Schwangere möchte es jetzt auch nicht zutrauen, zwingt. Dann können wir kurz nochmal mit Nick nochmal reden. Wenn wir uns Gewissen sprechen. Thanks a lot for backing me up there. I'm sure they're talking about me right now. Look, he's becoming a danger to the group. So who was that guy? I swear. It looked like he was holding you guys up. I figured he was with Carver. He seemed nice. Damn. If Alvin is in front of me, he takes that shot. What a fucking mess. Maybe I am losing it. I don't know anymore. God, I'm hungry. What time is it anyway? Damn. Damn. What's wrong? I left my watch back at the cabin. It was Pete's. He gave it to me. That's all I had left of him. You know what? I'm gonna go talk to them. Ich lasse sich jetzt alle gegenseitig hier noch ausspielen oder so. Und sich dann auch keiner mehr leiden kann von hier. Guck erstmal durchs Fenster. Ist ja blöd, wenn die jetzt die Gruppe sich auch noch zerstreiten würde. Scheint sich's bequem gemacht zu haben. Die Tür geht bestimmt nicht auf. Die geht auf. Ich bin's an uns gesichert. Das muss man mal halt leider. Sagen. Wir schauen uns erstmal um. Also ich hatte leere Dosen. Okay. Leere Dosen. Äh. Was haben wir denn in der Kiste? Kriegt man die denn auf? Und der ist auch noch gefallen. Was ist das denn? Ein Messer. Cool. Die Clementine, ne? Wenn man das jetzt mal so vergleicht. Im ersten Teil. Dieses kleine, unschuldige Mädchen. Jetzt total abgeklärt. Übelster Pro hier. Pro hier in der Apokalypse jetzt. Hat aber auch einen guten Lehrer. Das muss man dazu sagen. Radio. Kommt bestimmt nichts. War ja fast klar. So, mit dem Messer können wir vielleicht sogar die Truhe aufmachen. Ich gucke das erstmal weiter. Hier ist nichts. Dann gehen wir mal zur Truhe. Und... Ach, wer hätte es gedacht? So, vielleicht kriegen wir die Truhe damit auf. Mal gucken, ob hier doch die Vorräte vielleicht gebunkert sind. So, dass es sich ja lohnt, die wegzuschließen. Auf jeden Fall. Und? Okay, zwei Konserven. Und Hefte. Und auch... Man, das war besser als nichts. Ich glaube, er hatte Essen. Man, fuck Nick. Nick hat viele seine Leute verloren. Das ist sicher. Aber das gibt ihm keine Entschuldigung, zu beginnen, Schreiber zu schreiten. Er versucht, uns zu helfen. Ja, und jemand hat sterben. Ich bin kein Jurgen, aber das ist straight-up-Murder in meinem Buch. Ich meine, hast du nie gesehen, und ich bin kein Jurgen, wie ich das mache? Na ja. Ja, so ein bestimmtes Sammelschein wie so eine Gruppe. Ja, so ein bestimmtes Sammelschein wie so eine Gruppe. Nichts, das wollen sie jetzt noch echt alle hier zu streiten, das wäre äußerst optimal. Was ist denn da? Oh, jetzt kommen noch mehr Beißer. Wir wollten ja eh zur großen Hütte. Der Lüft geht natürlich nicht, aber die Hütte ist ja scheinbar groß zu sein. Hört mich gerade ein bisschen an Antil Dorn, so irgendwie. Die Hütte auf dem Berg. Na ja, was warten wir für? Wir müssen vorsichtig sein. vorsichtig? Wir waren auf der Straße seit fünf Tagen. Mein Bein ist fertig, vorsichtig sein. Es sieht nicht aus wie jemandem zu Hause. Verdammt! Nell down tight. Ich schaue nach vorne. Ich gehe mit dir. Es wäre gut zu wissen, ob jemanden ist eigentlich da. Wir können wahrscheinlich eine bessere Sicht von oben. Wir hätten ein leichter Zeit zu kommen. Wir fühlen, wie wir uns sehen? Es wäre genau wie ein Triehaus. Ja, das ist ein wirklich großartiges Triehaus. Das ist ein Schnapp. Ein Schnapp. Ein Schnapp. Wie werden wir wissen, dass es sie ist? Wir wissen. So. Okay. Ich hoffe, der Kawa hat uns echt nicht gefolgt. Ich werde trotzdem das wieder treffen. Ich werde es einfach das wieder treffen. Gucken wir uns erstmal um bitte. Oben. Ja, wir hatten ein Baumhaus. Genau. Wir können Leiter klettern. Sonst kennen wir schon noch Menschen mit Baumhäusern. Wir haben früher ja Buden gebaut. So, wenn du jetzt mal ruhig bist, können wir ja mal hochklettern. So. Oh, ich gehe die Überladung nicht hier ab irgendwie. Nein, nein, nein. So. Das ist... Oh, oh, oh. You're fine. You're fine. Just look at me, okay? You're fine. Alright, just, just slow down. Just for a second, okay? You just told me not to look. Good point. Das dachte ich mir auch gerade. Okay, warte hoch jetzt. Okay, wir schauen mal, ob wir jemanden treffen. Vielleicht... Also sehen, besser gesagt nicht treffen. Ob wir vielleicht Carver sehen. Vielleicht sehen wir Herr Streuner noch kommen. Oder vielleicht noch was anderes hier. Ein Ding von hier oben. Aber bestimmt eine coole Sicht. Warte mal bitte, ich gucke noch. Was haben wir hier? Die Brücke. Von da sind wir ja gekommen. Was ist denn da? Dieses Licht? Warte, ich sehe etwas. Was ist es? Ein Licht. Warte, warte, da ist noch. Luke! Luke! Ich wollte weiter gucken. Jetzt rennt ihr einfach weg hier. Was ist das für ein Licht vom Auto? War es nichts? War ja bloß ein Lichtkegel. Nicht zwei. Komm mit dem Motorrad. Oder eine Taschenlampe. Warte, wir gehen vor uns. Warte, wir spüren einfach nur auf blut. Sie versuchen uns zu kratzen? Entschuldigung, wir sind aber, ich kenne mich wie ein verdurteidiger? Warte, ich kreisch für ein Vogeläckchen? Hey Mann, du kreisch für dich? Sarah, geh hinter mir. Ges chor dich, du bist. Wir haben keine Angst. Wir sind hier zu kratzen. Ich legge die Tür, Mann! Basch das! Warte, warte, warte. Bitte, nur tun was er sagt. Quem, das sagt! Was ist das? Kenny? Kenny! Ken's the hood. Wait, you know this guy? Clementine? I'll take that as a yes. These people with you? Oh, wie schön ist das denn? Ich dachte, er ist gestorben. Ich dachte, er wäre in der letzten Zeit gestorben. Der ist da runter zu den Zombies gespürt. Das ist ja eine krasse Überraschung. Wow, geil. Kenny. Mittlerweile mit Bart. Oh, mit Weihnachtsbauen. Musik aus dem Radio. Das ist ja cool hier, die Unterkunft. Eine riesen Hütte. Kenny und Sarita haben wir mit uns für wenige Wochen. Es war ein Ski Lodge, obviously, so wir haben viel food. Und, uh, believe es oder nicht, wir haben noch ein bisschen Kraft von der Wind Turbine. Wir tenden zu halten die meisten der Lichts auf, um zu vermeiden, zu erinnern. Aber nachdem wir dieses Ding in der Storage gefunden haben, wir können nicht resisten, zu machen. Was ist lustig? Oh, nöten, Walt. Walter hier ist ein smart-sum-bisch. Mache ein meanen can of beans, too. Well, why don't you two catch up while I get some dinner started? Please, make yourself a lot. You can leave your things over there. The hell we will. Yeah, I'm holding on to my rifle. Thanks. You're our guest here. There's no need to worry. Tell him to put his gun down, then. Kenny? Will you vouch for these people, Clem? If you tell me they're good, then I'm good. Us. You were the one waving a gun around, man. They're cool. Hoffman on the tail, so. Dad, look! A Christmas tree! Not now, Sarah. Isn't it great? We found it all in storage. It's amazing. Hm. Hm. Ich werde uns alle noch kennenlernen. Leute, ja, leck die Waffen ab, sehr gut. Rotter Rucksack, bliebischen Rucksack. Ganz gefährlich. Schön. Mösel. Kenny, quatsch. Was mit dir passiert ist? Was ist mit dir passiert? Ich dachte, der wäre tot. Krass. Was war da los? Der ist ja runter zu den Zombies gesprungen in der ersten Episode. Also in der ersten Season. Da dachten wir eigentlich, der hat es nicht geschafft. Aber wahrscheinlich dann doch. Das ist ja super. Nee, der steht mit gerechnet. Coole Überraschung. Na, Kenny. Alter Schwede. Ja. Still wearing this dirty old thing, huh? Hm. You know, I half expected to see Lee walk up next to you. You guys were like two peas in a pod. Oh, shit, I didn't mean to... It's just hard not to think about it, you know? He saved me. I knew it. I knew he would. That guy had a fire in him, sure as shit. Hell. Lee and I had our differences, that's for sure. But when my son, well, he helped me do the right thing, I'll never forget that. So, where'd you end up? I was with Krista and Omid. Oh, Omid. Oh, Omid. Well. Krista and I were together for a while. But these guys caught us. She's gone. Krista, I don't know what's going on. It sounds like it ain't been easy for you. I'm sorry, darling. I wish I could have found you sooner. But everything's gonna be fine now. Where have you been? Oh, hell. All over, after Savannah. How did you get out of there? Krista got in a hell of a mess. I gave her a hand, and then it got messier. For a minute there, it wasn't looking too good for old Kenny. Long story short, I got lucky. Real lucky. Spent a long time alone after that. It, uh... And then I met Sarita. Thank God. Gosh, it's great to have you back. You two catching up? Clem? This is my girl, Sarita. Ain't she beautiful? Nice to meet you, Clementine. Hey, Walt, where's Matthew? You still out there rooting around? Of course he is. Well, I'll start there. Carlos, right? It was probably the type of the book, eh? Stay in sight, sweetie. Can we do anything to help? Could use a hand outside. We got a lot of supplies to bring in before that storm hits. Sure. Clem, why don't you help Walt with dinner? Hmm. I think the Matthew, of the way they're talking about, the they're looking, the they're looking, the they're looking, the they're waiting. That's probably the one on the bridge, the Nick's shot. Oh, God. Hey, Clementine. Settling in well enough? Yeah, thanks. Excellent. Want to help me prepare a little dinner? Na klar. Mal a little ablenken, so how do you know, Clem? He and Sarita have been a huge help. Matthew and I barely knew what to do around here the first week. We're old friends. I met him after it happened. When he was with Lee? Yeah, he only told us a little. Connecting with people is so important. I don't know what I'd do without Matthew. Gosh, you remind me of my students. I can't imagine what it's like growing up in the middle of all this. It hasn't been easy. I can imagine. It's hard enough as an adult. Mmh. Almost done. Would you do me the honor of tasting the first course, madam? Aber sicher doch. Der kocht sogar richtig. Das ist ja cool. Was ist das denn? Erstmal, erst mal loben. Looks great. It looks like mush. No, it doesn't. Mmh, mmh, mmh. As an artist, there is nothing I like less than a friendly critic. Hm, hm, hm. Ist richtig. Was ist es denn? Strikungsmuse. Schon wieder. Anyway, I'll take it from here. Lass mich schon mal in Ruhe mit. Das ist so scheiß Werbung. Äh, mit diesem scheiß Bohnen oder was ist es, diese Konserve. So, jetzt gucken wir uns in der Skihütte um. Also dieser, wenn ich das richtig gelesen habe, dann warten die noch auf Matthew, oder? Oder ist es mehr für der andere? Ich weiß, es ist keine Ahnung. Auf jeden Fall, äh, denke ich, dass der Typ, oder war echt dieser, dieser eine Typ, der wir auf der Brücke erschossen haben, war das der, der, hat der, ich kann mir nicht vorstellen, dass der Typ, der, ähm, der wir auf der Brücke erschossen haben, also Nick erschossen hat, dass der ganz alleine in dieser kleinen Hütte direkt, die direkt an der der Brücke war, dass er allein dort haust und die nichts voneinander mitbekommen. Die wohnen hier oben in der großen Hütte, in der Skihütte und da unten in der kleinen Hütte an der, an der, ich kann mir vorstellen, dass die sich nicht kennen. Also irgendwie, äh, denke ich, dass der zu denen gehört, irgendwie. Zumal die auch beide dieselben Konserven haben. Ich, ich weiß es nicht. Wir werden es, äh, noch erfahren. Es wird auf jeden Fall noch sehr verstrickt. Wir haben Kenny wieder gefunden. Ich freue mich, wie die Sau, Kenny, noch einer aus dem ersten Teil. Hoffentlich finden wir auch Chris das später wieder. Äh, ja, es wird auf jeden Fall spannend. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Jetzt haben wir ein bisschen gequatscht, aber es muss ja auch mal, wenn man schon zwischendurch nicht genug Zeit hat zum Quatschen, muss man selbst dann mal halt das Ende einer Folge nutzen, um ein Resümee ziehen zu können. Und deswegen, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal bei Let's Play The Walking Dead Season 2. Euer Fax auf den Ungleichen. Haut rein, Leute. Und tschüss. Tschüss.